Hmm, was zocke ich denn heute? The Fischer Online? Noch nicht fertig. Fishing Planet? Zu einfach. Russian Fishing 4? Ja? Also ihr Lieben, legen wir los hier mal wieder mit Russian Fishing 4. Hier, zunächst einmal Dankeschön für die rege Unterhaltung unter dem letzten Video. Dankeschön für den Austausch und ich war ein bisschen überrascht, was da alles so zum Vorschein kam, muss ich ja sagen. Und auf einige Punkte gehen wir doch einfach mal ein. Also offensichtlich herrscht ja jede Menge Frust und Angelfrust hier in diesem wunderschönen Game. Gucken wir mal eben die Kaffeeaufträge rein. Und zwar bezüglich natürlich der ganzen Kaffeeauftragsmisere. Aber letzten Endes und ich habe jetzt in den letzten Tagen auch hier mit dem Low-Level-Account noch ein bisschen weitergezockt und ein bisschen rumprobiert. Ich bin jetzt halb in der 19. Es ist ja jetzt nicht so, dass man gar nichts mehr fängt und dass man das Spiel nicht mehr spielen kann oder so. Ich gehe mal eben hier zu einem Spot. Gerade eben nämlich noch hier in den YouTube-Kommentaren vom letzten Video gesehen. Das da doch auch noch mal lüppt hier schön entspannt auf 35, 57 und zwar auf Giebel und Karausche. Beziehungsweise gehen wir mal hier ein bisschen auf Giebel und während hier die Routen ausliegen, testen wir doch hier einfach mal zwischendurch. So, was denn so lüppt oder nicht lüppt und gucken mal so ein bisschen in die Kommentare rein. Im Großen und Ganzen herrscht glaube ich allgemein einheitliche Stimmung oder einheitlicher Konsens, dass gesagt wird, oh mein Gott, RF4 will nur unser Bestes. Das RF4 will Gold verkaufen oder will an unser Geld und ja, ich glaube nicht, dass das irgendwie verwunderlich sein sollte. Das Game ist ein, ich würde sagen, fantastisches Free-to-Play-Game und man kann hier wahnsinnig viele Stunden drin verbringen, ohne dass man hier auch nur einen Cent ausgibt. Und ja, es hat auch manchmal Frustfaktor, aber da kommen wir auch später noch mal zu, letzten Endes kann man hier ganz entspannt angeln. Dass die Geld verdienen müssen, ist klar, das Ganze kostet was, es wird weiterentwickelt, es bedeutet, die brauchen natürlich Mitarbeiter, die haben Serverkosten und so weiter, also musste auch Cash rein. Nein, heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass wenn halt irgendwie ich irgendwas bezahle, ich automatisch mehr fange. Wäre das so, wäre das ja katastrophal, denn das kann ja auch nicht Sinn und Zweck von einem Game sein, Pay-to-Win, dass man quasi, ja, man zahlt irgendwie was und kriegt automatisch irgendwie bessere Fänge. Dass jetzt alle gleichzeitig mehr fangen, ist vielleicht auch nicht so gut. Denn wenn wir mal ehrlich sind, was macht denn das Game zu einem großen Teil aus? Ich hatte das auch schon ein paar Mal im Livestream erwähnt. Das Game und auch die gesamte Rushing Fishing Fear Community macht ja aus, dass sich gegenseitig geholfen wird, dass man Tipps und Tricks austauscht. Übrigens, wenn ihr Tipps und Tricks sucht im Discord, unten ist der Link, da sind diese ganzen Gewässer alle nochmal aufgelistet. Da wird ordentlich immer Tipps und Tricks reingepostet, wo gerade was läuft. Dieser Austausch untereinander kommt ja nicht zustande, weil alles so gut funktioniert. Bei Fishing Planet zum Beispiel, was halt easy ist, da gibt es Listen, wo man sich die Uhrzeit anguckt, wo man an welcher Stelle genau steht und dann stellt man sich die Uhrzeit genau ein, die Tageszeit und dann fängt man da seine Trophys. Das ist langweilig. Hat überhaupt keinen Reiz für mich, ist überhaupt nicht geil. Hier jetzt zum Beispiel war von Aldiweil der Tipp jetzt gerade zum Beispiel unter dem letzten YouTube Video und der meinte, ja alle, ich fange hier auf einmal in Giebel Trophys. Geil, gehe ich hin, probiere ich aus, noch habe ich nichts. Aber wäre doch geil, wenn das funktioniert. Es ist aber nicht sicher, dass es für mich funktioniert. Es ist aber auch nicht sicher, dass ich hier überhaupt was fange. Und dieses Unsichere und dieses Austauschen und auch der Misserfolg, ganz ganz wichtig, der Misserfolg ist super wichtig und der Frust ist super wichtig, dass man hier sich weiter austauscht und dass das Game funktioniert. Denn wenn man einfach sich hinstellt, wie in einem, keine Ahnung, in einem Arcade Game und man hält die Rute rein und man zieht die Brocken raus, ja dann ist das doch boring. Wer will denn sowas? Das ist doch super langweilig. Warum gibt es denn den Frust schon, oh schon mal nicht schlecht, warum gibt es denn den Frust, dass so viele schon sagen, uff Alter, ich muss hier Brassen kloppen, ich muss Brassen kloppen, Stunden und Tage lang. Klar verdient man einerseits sein Silber und klar will man vorwärts kommen. Aber dieser Frust und dieser Druck, den man im Nacken hat, ich muss so und so viel Silber verdienen, den muss man vielleicht einfach mal so ein bisschen wegschaufeln, weg damit. Nehmt euch einfach selbst ein bisschen den Frust, dass ihr sagt, Alter, ich brauche eine Wenger oder ich brauche irgendwie die ultimative Angelruten, weil sonst ziehe ich hier nichts raus. Diesen Druck im Kopf, den einfach mal ablegen. Man kann fantastisch mit deutlich geringerem Setup angeln. Mit dem Hauptlevel Account bin ich, mit dem 40 plus, habe ich die ganz normalen billigen Fortuna Carb seit Jahren. Das heißt, die Dinger kosten, keine Ahnung, ich glaube keine 2000 Silber. Und ich bin damit seit Jahren unterwegs, wer weiß wie viel zigtausend Silber ich schon damit rausgezogen habe. Ja, ich habe da natürlich die Tagaras drauf, aber es würden natürlich auch lange, lange, lange Zeit, auch sowas wie die HSV, die jeweils auch dann wieder um die zweieinhalbtausend liegen, die würden auch lange erstmal reichen. Da kommen wir natürlich mit dem Account auch irgendwann hin. Das heißt, diesen Druck, Silber, 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 den muss man sich einfach ab ins Wasser schmeißen und dann kann man auch wieder entspannt angeln. Ich spreche da aus Erfahrung, ich habe auch diesen Druck gehabt. Ich habe auch über ein halbes Jahr das Game nicht mehr angepackt und habe nach anderen Games gesucht, wie zum Beispiel The Fischer Online. Und ich habe wirklich gehofft, dass da in diesem Game mehr geht und mehr passiert. Das Game kommt in meinen Augen aber auch immer noch nicht so richtig aus dem Quark. Es kommen zwar viele neue Gewässer raus, es kommen auch mittlerweile neue Sets raus und so, aber allein die Physik in dem Game, da hieß es anfangs, ja, da wird noch dran gearbeitet. Da tut sich absolut gar nichts, ist für mich immer noch äußerst schwierig. Ich habe vorhin tatsächlich nach langer Zeit auch mal wieder ein bisschen da geangelt. Ich habe da ein paar, eine Daily gemacht, Daily Aufgabe. Gute Ideen, gut umgesetzt. Ich finde, es ist grafisch auch wirklich gut. Es ist ein bisschen ein anderer Stil halt hier als Russian Fishing 4, aber für mich immer noch einfach nicht fertig, weit davon entfernt. So, und damit bleibt oder blieb für mich tatsächlich auch nur noch, einfach wieder zurückzugehen und einfach hier selbst an die eigene Nase packen und vom Kopf her zu sagen, okay, ich gehe jetzt hier hin und angel einfach. Ich meine, es ist natürlich wieder leicht gesagt und das letzte Video bezog sich ja auch hauptsächlich aufs Low-Level-Angeln und dass die Low-Level-Angler natürlich jetzt deutlich weniger Silber machen oder schon, ja doch, deutlich weniger Silber machen durch die Kaffee-Aufträge. Aber es ist ja nicht so, dass man nichts mehr fängt. Wenn du nichts fängst, dann machst du was falsch. Das ist nicht so, dass du hier irgendwie die Rude reinballerst wie in einem Arcade-Game und easy was rausziehst. Natürlich musst du weiterhin suchen, man muss sich weiter austauschen und man muss natürlich wieder Spots miteinander teilen und das war natürlich in den letzten, ja ich sag mal die letzten Monate auch deutlich weniger. Gerade wenn natürlich die ganzen High-Level-Zocker, wenn die auf einmal alle in einem High-Level-Gewässer sind, weil die da einfach neue Fische suchen, dann fehlen natürlich die Informationen für die Low-Bobs, wo man an den Low-Gewässern wieder was fängt. Demzufolge fehlen dann die Spots und alle sagen, oh mein Gott, ich fange nichts mehr. Belaya zum Beispiel ist eine Gewässer, das funktioniert safe immer. Level 12, da kann man immer, ich sag mal mindestens mal eine Stunde, richtig gut was rausziehen. Und es gibt auch hier an der alten Festung immer wieder Stellen, die gut funktionieren. Und auch tatsächlich im Low-Level-Bereich gut funktionieren. Man muss hier nicht mit dem super, Alter, mit dem super übertriebenen Equipment angeln. Schön, Alter, für die Quappe. Man kann hier auch mit, ja, ich bin jetzt hier gerade immer noch mit dem Starter-Set unterwegs. Einzelhaken, 4 Kilo Bremskraft, kann man hier auch angeln. Windenbach funktioniert immer noch. Mosquito gibt es so ein paar Stellen, die auch funktionieren. Also es ist immer noch möglich. Ich hatte jetzt vorgestern im Livestream auch noch gehört, Alter, ich habe in zwei Stunden 600 Silber gemacht. Gut, es waren wieder Brassen, diesmal aber am Kuori. Also man kann überall noch gut Silber verdienen. Man muss bloß wissen, wo. Alter. Nee, nee. Das müssen wir mal eben kurz reinschieben hier. Alter. Aldiweil, Alter. Der Spot funktioniert. Petri, Alten. Dankeschön. Puh, da habe ich hier eine Trophy gefangen, Alter. Ohne mein Trophy-Shirt anzuziehen, Alter. Eine geile Barsch, Alter. Ist ja nicht normal. So, kommen wir aber noch mal zu so ein paar Punkten und so ein paar Kommentaren, die sich, glaube ich, immer mal wieder lesen lassen und die wohl immer auch wieder wichtig sind. Und die Thematik mit dem Geld verdienen, mit dem Silber machen und dass das Ganze lange dauert, das sollte ja jetzt eigentlich so gut wie klar sein. Ja, selbstverständlich dauert es lange. Das Game ist auf Langzeit-Motivation, aber auch Frust ausgelegt. Und beides spielt halt miteinander rein. Ohne diesen Frust hätte man auch weniger Motivation und Spaß daran, wenn man mal wieder eine Trophy fängt zum Beispiel, wenn es auch nur ein Oller-Giebel ist. Silber verdienen, ja, auch das frustet. Wie gesagt, steckt euch die Ziele nicht zu hoch. Man muss nicht im Bereich von Level 30 oder sowas Endgame-Equipment haben. Endgame. Wenn man 30 ist, dann ist man noch lange nicht im Endgame. Und wenn man dann sich Leute anguckt, die mit Level 45 oder wie auch immer, was eine ewig lange Zeit und wahrscheinlich auch viel Cash bedeutet hat, wenn man dann sieht, dass die fette Sachen und Items und Routen haben und die dicken Brocken rausziehen, ja, dann ist man da halt noch nicht. Einfach schon mal vom Kopf her sagen, alles klar, da kann ich ja noch mal irgendwann hinkommen. Aber eben nicht innerhalb von einem Jahr. Was natürlich hilfreich sein würde, einfach mal Schlüpper hochziehen und sagen, ab, wir gehen jetzt an verschiedene Spots, wir testen gute alte Stellen, wir testen auch mal wieder andere Köder, man geht nicht immer nur Brassenkloppen, man testet einfach wieder ein bisschen was aus, man schreibt sich das untereinander, wie gesagt, gerne im Discord oder so und man tauscht sich einfach mehr aus, damit man wieder was Neues findet. Es gibt eigentlich immer wieder die gleichen Nasen und es gibt immer wieder auch die gleichen Angler, die mir auch was schreiben und sagen, hör mal probier mal da, probier mal da, ich hab da was probiert. Es funktioniert. Also man kann an verschiedensten Stellen immer wieder was Neues suchen. Wie gesagt, tauscht euch aus, ganz wichtiger Punkt, ohne das wird man alleine höchstwahrscheinlich nicht erfolgreich angeln können. Wenn wir uns nun die Entwicklung von Russian Fishing 4 anschauen, muss man auch sagen, ja, die Entwicklung von dem Game, wo ich damit angefangen habe und zu dem, was es jetzt ist, ja, es hat sich stark verändert. Das Game ist an vielen Stellen schwieriger geworden. Es wurden Preise verändert, allerdings auch nicht immer nur nach unten. Ich weiß zum Beispiel, dass vor ein paar Jahren der Hecht zum Beispiel hochgesetzt worden ist. Dadurch sind Hechtaufträge oder Hechtangeln allgemein äußerst attraktiv. Dann wurde jetzt zuletzt auch noch die Laube oder die Hasel wurde auch nochmal gebufft. Also auch damit kann man noch mit diesem ganz kleinen Fischen, gerade im Low-Level-Bereich, richtig gut Kohle machen. Also es gibt immer mal wieder Frust, aber es gibt auch immer wieder Sachen, die vielleicht optimiert werden. Und es ist nicht ständig nur so, dass gesagt wird, ja, jetzt schrubben wir die Spieler noch ein bisschen, damit sie noch weniger Kohle verdienen, auch wenn es einem natürlich so vorkommt. Der Eindruck kann natürlich schnell entstehen, wenn man, wie gesagt, keine Spots mehr hat oder seine alten, bekannten Spots nicht funktionieren und man dann halt nichts fängt. Dann wird natürlich schnell wieder gesagt, alles klar, die haben alles zum Schlechteren wieder gebufft. Es funktioniert wieder nichts. Das letzte Video war im Übrigen auch kein Aufruf zur Revolution oder so in der Art. Letzten Endes war das mein Eindruck und mein Enttäuschtsein tatsächlich von den letzten Veränderungen, gerade bezüglich des Cafés. Die Art und Weise, wie im Forum häufig irgendwie argumentiert wird und häufig was im Forum eben auch geschrieben wird. Also ich gucke ungern mittlerweile ins Forum, weil mir manche Kandidaten da auch einfach zu wilde Sachen reinschreiben und einfach auch die Idee von dem Game, glaube ich, einfach nicht geblickt haben, dass es halt wirklich immer noch schwierig sein soll. Von daher, wie gesagt, ich werde mich da aus dem Forum nach wie vor komplett raushalten. Ich habe mit RF4 so gut wie keinen Kontakt Ich glaube jetzt in all den Jahren hatte ich vielleicht zwei, dreimal irgendwie Kontakt. Letzten Endes spiele ich das Game, konsumiere das Game und profitiere natürlich auch von dem Game, weil es macht mir Spaß. Wir können uns hier schön austauschen, unterhalten, haben Spaß an den Abenden und darum soll es eigentlich gehen. Wenn ihr natürlich den inneren Druck verspürt, euch selbst im Forum zu äußern, über das Ganze, haut rein, ballert da gerne was rein, könnt ihr gerne tun. Haltet bitte die gute Etikette ein, schreibt, wenn es geht, kein Blödsinn, nehmt das Ganze möglichst objektiv und betrachtet natürlich auch die andere Seite, weil letzten Endes haben wir halt auch alle nichts davon, wenn das Game irgendwie gegen die Wand gefahren wird. Wir alle machen ja das Game eben auch aus und von daher einfach vernünftige Kritik äußern und vielleicht auch mal überlegen, dass ganz viel von der gut gemeinten Kritik und von den guten Tipps und von den oftmals wirklich guten Ideen vielleicht auch gar nicht umgesetzt werden kann, weil die vielleicht auch gar nicht die Möglichkeiten haben, da irgendwie großartig Einfluss drauf zu nehmen. Das heißt letzten Endes viele gute Ideen, viele gute Tipps, ja, aber was kann wirklich umgesetzt werden oder was wird da in der Entwicklung wirklich umgesetzt, ob da überhaupt irgendjemand von der Entwicklung das irgendwie mitbekommt oder wohin es gehen soll und inwieweit das überhaupt vielleicht sogar schon geplant ist, allerdings in einer ewig langen Zeit, weil noch so viele andere Sachen und Baustellen davor stehen, das wissen wir ja nicht. Letzten Endes ist das halt wirklich eine komplexe Geschichte. Klar kann man sowas immer reinschreiben. Wie gesagt, mir persönlich, ich schreibe da nichts rein ins Forum, ich schaue da ab und zu mal rein und mehr eben auch nicht und tja, ich glaube, es bringt nicht wirklich viel, wenn man sich das anschaut, Lizenznehmer in den USA, Lizenznehmer in Deutschland, Lizenznehmer halt oder in Russland eben auch. Das Game ist halt international verkauft sozusagen und hat da die Lizenznehmer und inwieweit die halt wirklich Einfluss haben auf das Game, keine Ahnung. Ich habe nochmal nachgeschaut, ich finde da aktuell gerade nichts zu. Wenn ihr da nähere Infos habt, gerne mehr dazu. Was bleibt uns armen Anglern denn jetzt hier noch? Wenn wir uns überlegen, im Real Life geht man an, ja, ich sage mal, von fünf Tagen, vielleicht an zwei oder drei Tagen mit einem Fisch nach Hause. Hier will man natürlich mehr, es ist entspannt, du hockst dich zu Hause hin, du willst nach Feierabend einfach ein bisschen entspannt angeln, ist natürlich ein anderes Ding, ist klar, aber letzten Endes weiter suchen und rumprobieren. Das ist das Einzige, was bleibt. Nicht den Frust im Nacken haben, ich muss verdienen, ich muss verdienen, sondern auch einfach mal, auch wenn man schon mal deutlich höher ist vom Level, vielleicht einfach mal auch im Low-Level-Bereich wieder ein bisschen angeln, einfach für den Spaß, einfach mal ein paar Dinger rausziehen. Einfach, dass man halt wieder was fängt und das Gefühl hat, ja, es funktioniert, man muss nicht zwingend immer im High-Level- und im End-Bereich irgendwie rumhantieren. Wenn ich so überlege, ich war zum Beispiel in den letzten Monaten kaum am Belaya, ich war ewig nicht am Ladoga, Sura natürlich sowieso nicht, ich habe so viele Gewässer in den letzten Monaten gar nicht gesehen, weil ich halt hauptsächlich auch hier mit dem kleinen Account unterwegs war. Ich freue mich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt die Tage mal wieder mit einem großen Online bin, einfach mal wieder aufs Hechtangeln zum Beispiel. Habe ich immer wieder gerne gemacht, ich habe das meiste oder sehr, sehr viel Geld mit Hechtangeln eben verdient, funktioniert immer top. Also, den Kopf nicht in den Kescher stecken, ganz entspannt angeln, immer schön austauschen, miteinander kommunizieren. Wenn ihr Bock habt, montags, mittwochs und freitags im Livestream dabei zu sein, in der Regel, ja, in der Regel ab 21 Uhr, wobei es momentan auch einige Streams schon gab, so ab 18 Uhr. Gucken wir mal, wie das demnächst weitergeht. Werde ich auf jeden Fall bekannt geben. Ich gucke gerade noch mal eben in den Kescher rein, wie das jetzt so aussah hier mit den Giebeln und den Quappen. Da waren ein paar Quappen mit bei. Ich habe natürlich viel Pause zwischendurch gehabt. Ich habe viel geschnitten im Video, weil ich ein paar Sachen auch noch nachgesucht habe. Gucken wir mal eben rein hier. Quappe nicht dabei, Giebel nicht dabei. Schön, zwei fette Quappen. Geht auch gut. Zack, verkauft. Ja, für mich ist das ein bisschen schwierig wegen der Tutorials. Andererseits für mich halt mit einem großen Account auch ganz entspannt, weil ich angel eh einfach entspannt weiter. Und ich werde demnächst weiter suchen nach Spots, die auch ohne Kaffeeauftrag immer noch gut Geld bringen. Nach Fischen, die man entspannt weiter rausziehen kann, auch im Low-Level-Bereich. Der Razer Freak hatte das auch unter dem letzten Video geschrieben mit den Lauben und den Haseln. Funktioniert super. Macht euch einen entspannten Tag. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal im nächsten Video oder im Livestream. Peter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.